Hey, hallo, moin. Mein Name ist T.S. Ullmann. Viele Grüße aus einem von den beiden guten Plätzen in Berlin aus dem Ramones Museum. Ihr guckt JMC Musikmagazin und ich glaube, dass JMC dafür steht, Ja sagen, weil es so megamäßig einfach ist, Nein zu sagen. Man kann auch so viel Credits sammeln, wenn man sagt, nee, das finde ich doof und wow, das findest du doof, das ist aber cool. Das Ja sagen ist häufig viel, viel schwerer als das. Nein, M steht für Meinungsmachen, weil ich immer noch daran glaube, dass es gut ist, eine Meinung zu haben und davon so zu überzeugt zu sein, dass man sie nach außen trägt. Und das C steht für, Sie sehen mich scheitern, eine Sekunde. Das C steht für Claudia Klenner. Das war das erste Mädchen, das ich jemals verliebt war. Die hat mich abgelehnt, aber irgendwie war das so ein Stein bei mir im Brett, dass ich irgendwas gemacht habe und vielleicht bin ich dann auch ein bisschen wegen Claudia Klenner der geworden, der ich bin, was ich ganz okay finde und das nur als Beweis, dass alle traurigen Sachen und alle komischen Sachen und alle schlechten Sachen auf was Gutes beinhalten können. Dafür steht JMC. So sieht's aus.